Die Premier League Tots sind endlich draußen, meine Freunde. Lange haben wir darauf gewartet. Letztes Mal im Video hatten wir ja die Area Division und die Community Tots. Diesmal endlich Premier League. Mittlerweile habe ich 8 Stück von den Tots und von den Tots Moments, also zusammengefasst. Bevor wir reden, meine Freunde, wir haben noch so ungefähr 25 geile Packs und bevor wir reden, haben wir noch ein paar Spielerwahlkarten. Eins von drei, seltene Goldspieler. Habe ich nochmal schnell fertig gemacht. Schauen wir mal, ob wir da noch was cooles irgendwie bei haben. Manchmal ist es ja wirklich so. Joa, Jordi Alba ist schon mal in Ordnung. Und natürlich können wir auch hier bei den 1 von 3 Spielerwahlkarten können wir aber natürlich auch die Tots schon ziehen, meine Freunde. So schöner Haaland, Salah und so ein KDB wäre natürlich geil. Rashford, das sind so die besten Karten, die man so ziehen kann. Aber das sieht jetzt erstmal nicht danach aus. Sieht ziemlich schwach aus, muss ich sagen. Das ist richtig mies hier, Alter, das ist richtig mies. Das ist lange nicht mehr, ihr habt hier. Sonst war da eigentlich immer was geiles drin. Ja, ne? Diesmal nicht. Ja, eh das n. Ich habe jetzt auch da erst bezielig noch machen kann. Gucken wir mal kurz nach. Na, erstmal machen wir unser Anmelde-Upgrade hier noch. Das können wir auch noch schnell machen, unser Anmelde-Upgrade. Zack, rinde das Ding. Nehmen wir gleich noch mit das Pack. Für die große Pack-Opening, nehmen wir das gleich noch mit, meine Freunde. Achtet, läuft ab in drei Stunden. Alter, da müssen wir das unbedingt machen. Das läuft in drei Stunden ab. Also wer das jetzt nicht gemacht hat, meine Freunde, der ist dann selber schuld. Also, knallen wir jetzt hier noch ein paar Rinnen. Ich weiß ja nicht, ob ich überhaupt noch welche habe. Ich glaube tatsächlich noch welche. Was haben wir denn jetzt hier? Oh, acht Premier League-Spieler, meine Freunde. Weil 15 Anmeldungen. Ich glaube, ich habe drei Packs davon von die acht Premier League-Dinger. Let's go. So, reingehen. Schauen wir mal nur. Jetzt gehen wir rein in die Packs, meine Freunde. Wir haben richtig geile Sachen bei. Hier ist Premier League schon mal. Liga A mache ich noch nicht auf. Serie A, Bräugon noch nicht aufmachen. La Liga noch nicht. Bundesliga-Torts kommt nächste Woche raus. Und dann geht das natürlich weiter mit 81+, 82+, 84+. Haben wir hier auch noch. Fünf Spieler, 80+. Ja, hier sind die Premier League-Packs. Ja. Eins von zwei, 85+. Also, das war geile bei. Das wird nice. Meine Freunde, das wird nice. Lasst gerne gleich einen Daumen nach oben da, meine Freunde, falls euch das Video gefällt. Gerne könnt ihr auch kostenlos den Kanal abonnieren. Vielen Dank dafür, schon mal im Voraus. Wegen rein. Prime-Spieler-Pack Premier League. Let's go. Ziehen wir den ersten Tots? Nicht. Warum denn nicht? Sehen wir erstmal. Auber. Auch nice. Auch nice. Auch gut. Können wir erstmal alles die brauchen. Haben wir auch wieder ganz viel Futter, denn im Verein. Ob das was wird? Nehme ich mal die Lampen an, Junge. Der wird garantiert schon wieder richtig überlastet. Der dauert hier schon wieder ultra lange. Zwei seltener. Let's go. Ist ja nicht so, dass ich den gerade gezogen habe, oder? Die Frage ist ja wirklich, bei unseren 20 Packs, oder ich sag mal so, wenn wir das alles abrechnen, das andere, haben wir ungefähr 18 Packs. Ziehen wir denn da wirklich einen Tots draus, oder kommt da ja auch nichts? Castils war das, glaube ich gerade. Einer muss kommen. Muss ja kein Juter sein. Kann ja auch ein schlechterer sein, oder? Wieder die Lampen aus. Mann. Mann, der scheiß Shop, der dauert hier schon wieder so lange. Von links. Sehal. Oh, Viktus. Let's go to the mall. Today. Ramos. Die Packs werden langsam weniger. Und wir haben den Tots, Junge. Come on, Boy. Gib mir was. Oh, Cain. 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 Cain, wir ziehen den guten Harry Cain, Junge. Leck mich doch am Arsch, Junge. Geil wie Sau. Yes, Baby. Was wird der wert sein, meine Freunde? Was wird der wert sein? Ich muss mal kurz nachgucken. Bei Foodpin, ohne dass ich jetzt hier nachgucke. Schnauze, Telefon, hab gerade keine Zeit. Oh, meine Freunde. Gerade aktueller Wert 278.000. Laut Goodpin. Jetzt gucken wir mal hier noch. Sehr nice. Ciao, Felix noch. Jetzt gucken wir mal hier richtig nochmal nach. 231.000. Die Boten stehen ja alle bei 600. Naja, die wollen alle extrem viel Kohle haben. Obwohl er ja nicht so viel wert ist. Also hier ist er auch noch extrem viel wert. 279.000. Alter Schwede, was ist los, Junge? Also dann stimmt die Anzeige bei Foodpin noch nicht. Weil mit 238.000 für den 95er Cain kann auch ja nicht möglich sein. Mann, Junge. Wie viel haben wir gezogen? Ich glaube 8 Packs oder 9er, ja. Und dann war er drin, der Erste. So, haben wir auf jeden Fall schon mal erfüllt. Unsere kleine Challenge. Und meine Freunde, übrigens werde ich euch noch was Geile dazu sagen. Die Spieler, die wir jetzt hier alle drin hatten, das wird mein nächstes Weekend League Team. Also mit dem Team geben wir eine Weekend League. Ja, damit bauen wir uns was. Kann man das ja dann selber nochmal raussuchen im Video. Und genau die Spieler nehmen wir denn. Aber dazu im nächsten Video mehr, meine Freunde. Jawohl, der nächste. Let's go. Come on, Salah. Ja, ha, ha, ha. Yes, baby. Der geht jetzt richtig ab hier. Geil. Der gute Mou, der gute Mou. Nice. Guck mal rein, Junge. Komplett, komplett Bruch, Alter. Mann. 4 Mille. 3,5. 3,3. Guter Marina. 3,3. Küsschen aufs Nüsschen, kann ich nur sagen. Küsschen aufs Nüsschen. So, meine Freunde, was fehlt jetzt noch? Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Jutta Haaland. Zumindest für die Tots. So, wir kommen mal von links. Mittelfeld, der Jutta Parati. Nö. Nö. Kamara, Alter. Im Premier League Pack. Ne, 80er. Ne, 80er. Leute. Kickt euch das doch mal an hier. Alter Schwede. Nächste. Acht Premier League Spieler Pack. Let's go. Diesmal untauschbar. Auch nix. Aber wenn's nicht in die Lampen machen. Jawohl, Grealish. 84 ist erstmal in Ordnung. Kann ich für irgendeine SPC nutzen? Von zwei, seltener. 85er. Leute, jetzt müsste eigentlich noch was kommen. Jetzt muss was kommen. Van Dyke, man. Van Dyke, man. Van Dyke, man. Van Dyke, man. 83 plus. Habe ich gerade abheben. Sehr schön. Kuli Bali. Habe ich auch abheben. Irgendwann in der SPC Post wieder getragen. Passt mir ganz gut. Aber immerhin von links. Mal gucken. Thiago, Mann. Okay. Kann ja nur noch Müller hinter sein. Meine meine, er hätte uns ja auch schon schlechter treffen können, ja. Oh, wenn wir noch Silber. Sehr schön. Warum sind wir denn nicht von links gekommen? Trotzdem erstmal Walkout. Acht Packs noch. Und wenn ich das hier abbreche, dann haben wir noch ein Pack, ne? Ein Pack haben wir noch, meine Freunde. Das letzte Pack, meine Freunde, des Arms. Das letzte Pack, das Arms. Wir haben den guten Moser nahegezogen. Und den Newton Harry Kane, meine Freunde. Zwei Spieler, 86 oder höher. Auf geht's. Leider kein Wurzeln. Wir ziehen den Newton Thomas Müller. Und Lukaku. Wir haben den drittbesten Spieler gezogen, meine Freunde. Sehr nice. Leute, habt ihr auch ein paar geile Packs euch aufbehalten? Newton, 83 plus, 84 plus, 85 plus Packs extra jetzt hier für die Premier League Tots. Und habt ihr was geiles gezogen? Schreibt es mir mal in die Kommentare rein. trumpet, schreibt es mir also auf die Kaff expectation. Ja. Und da Nossa. CHRISTUA Game de chúng willles des Chalions. Okay, dritter specialn. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020